Willkommen im KZU, dem Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit. In den Zentren Bassersdorf, Kloten und Embrach bieten wir Pflegeplätze für insgesamt rund 220 Bewohnerinnen und Bewohner. Über 350 Mitarbeitende kümmern sich im KZU professionell und engagiert um kurz- oder langfristig pflegebedürftige Menschen. Immer mehr Menschen bleiben heute lange gesund und selbstständig. Erst im hohen Alter werden sie pflegebedürftig. Dann aber zeigt sich die Situation meist komplex. Das KZU widmet sich in drei Pflegezentren der spezialisierten Pflege für ein Einzugsgebiet mit rund 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Darüber hinaus betreibt es aufgrund steigender Nachfrage auch Pflegeeinrichtungen im Auftrag von Gemeinden. Unsere Mitarbeitenden bewältigen vielseitige, anspruchsvolle geriatrische Herausforderungen. Pflegende, Ärzteschaft und Therapeutinnen arbeiten dabei interprofessionell zusammen. Wir folgen einem ressourcenorientierten Altersbild. Der Erfolg bleibt nicht aus. Mit zunehmender Tendenz können Bewohnerinnen und Bewohner nach dem Aufenthalt bei uns wieder in ihre familiäre Umgebung zurückkehren. Die Arbeit im KZU ist vielfältig und anspruchsvoll. Sie erfordert eine hohe Fach- und Sozialkompetenz. Deshalb bilden wir nicht nur selber aus, sondern führen für unser qualifiziertes Personal Fortbildungen, Kurse und Tagungen durch. Wechseln Sie auf die farbige Seite der Pflege. KZU – Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit KZU – Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit KZU – Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit